Die Rostock Card, das Erlebnisticket für die ganze Region. Erkunden Sie Rostock Warnemünde und Umgebung und nutzen Sie die vielen Vorteile der Rostock Card. Sichern Sie sich Ihr Erlebnisticket für die ganze Region. Die Rostock Card gibt es für 24 Stunden oder für 48 Stunden. In allen Touristinformationen und bei vielen teilnehmenden Partnern. Die Rostock Card